Ja, hier wird gerade das Abendbrot gemacht, das sind also rohne, grüne Möhren und darunter Soja-Reis, das wird dann beide zusammen gedämpft und fertig gemacht. Und zu dem Reis mit dem Gemüse gibt es dann hier die Soßen, das sind diese roten Linsen mit ein bisschen Sojasoße und ein bisschen Wasser natürlich. Und da müssen wir mal sehen, ob wir dann ein paar Haferblockereien machen. Ja, ich schneide sie jetzt gerade mal mit der Hand auf, mit der China-Kamera, versuche also das Ganze so aus der Hand zu drehen. Ja, und den Zoom zu machen, dann den Zoom wieder zurück. Ja, das geht. Ich muss nur den richtigen Finger nehmen. Und das sind also die roten Linsen, die da eindicken. Ja, das wird gut werden. Okay, Leute, das war's erstmal. Ich komme nachher wieder. Ja, jetzt habe ich meine Portion abgefüllt und hier haben wir die Soße und dann haben wir hier das gedämpfte Gemüse und da ist der Reis. Der restliche, wenn wir das wieder draufsetzen, das reicht noch für zwei bis drei Portionen von dieser. Ja, ja, das war's ja schon wieder von meinem Armbrot. Und tschüss Leute. Das ist toll. Ich werde hierher zu können. Herr. Ich werde wieder dr. Ich werde mich darüber daHigh 250-T Burke ohne Material reinosieren. Aber es wissen, was heißt, dass ich mich dazu, dann muss ich wieder kenne abhalten.